Alte Häuser restaurieren, um den Tourismus anzuziehen. Das ist es, was die Einwohner des Dorfes Simon mitten in Rumänien tun. Da immer mehr Menschen das Leben in einem traditionellen Haus erleben möchten, werden Jahrhunderte alte Häuser renoviert. Luminita Cerebeto, die Eigentümerin eines dieser Häuser, hat erklärt, was es mit dieser Faszination auf sich hat. Die Eigentümerin eines dieser Häuser, die Eigentümerin eines dieser Häuser ist. Die Eigentümerin eines dieser Häuser und romantischen Häuser ist. Du kannst dich in der Pijama zu essen essen, wenn du ein Grätschiff machst, wenn du eine Plage möchtest, wenn du dich über die Grätschiff gehst, wenn du dich über die Grätschiff hast, die sehr generös ist. Du bist sehr glücklich und ich weiß, dass du die Geschichte in Schur. Touristen haben erzählt, warum sie diesen Ort lieben. Du kannst sich die Energie in diesem Ort fühlen. Wir sind sehr glücklich und die Natur ist sehr grätschig. Viele der Eigentümer der traditionellen Häuser sind auch Sammler, die Kunstwerke wie alte Bügeleisen oder andere altertümliche Gegenstände, die zum Beispiel in der Küche der Großeltern benutzt wurden, noch im Haus haben. An diesem Ort fühlt es sich so an, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020